Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Joghurtschaum mit Früchten. Der Joghurtschaum mit Früchten ist eine erfrischende Nachspeise. Für zwei Personen werden folgende Zutaten benötigt. 3 Blatt weiße Gelatine, 2 Kiwis a 100 Gramm Stück, 250 Gramm Himbeeren, 2 Eiweiß, 300 Gramm Joghurt, 20 Milliliter Rum, Grand Manier oder Quantro, 80 bis 100 Gramm Puderzucker. Folgende Utensilien werden benötigt. Topf, Schüssel, Küchenmaschine mit Rührbesen oder Handrührer mit Rührbesen mit einer Schüssel, Schneebesen, Sparschäler. Zubereitung Die Gelatine in kaltes Wasser legen und 10 Minuten weichen lassen, anschließend ausdrücken und bei geringer Hitze in einem geeigneten Gefäß auflösen. Die Kiwis schälen, zu Scheiben schneiden und anschließend halbieren. Die Himbeeren zusammen mit den Kiwi-Stücken in eine Schale geben, dabei ein paar Himbeeren für die Garnitur aufheben. Die Früchte mit dem Rum beträufeln und die Schale abdecken. Den Joghurt in eine Schale füllen, das Eiweiß mit dem Puderzucker steif schlagen, die aufgelöste Gelatine unter den Joghurt rühren und sofort den Eischnee vorsichtig unterheben. Die Früchte in Gläser verteilen und den Joghurtschaum darüber geben, anschließend im Kühlschrank steif werden lassen und danach mit den übrig behaltenen Himbeeren garnieren. Diese Varianten gibt es. Joghurtschaum Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!